Guten Tag, Detektiv. Schön, dass Sie kommen konnten. Ein gewisser Mark Bryan hat vor wenigen Stunden hier vier Leute umgebracht. Dann statten Sie diesen Mac Bryan doch einen Besucher. Die Polizei, sie ist hier. Lassen Sie mich in Ruhe. Der einzige Weg. Die Polizei hat mich nie gefunden. Und daher baute ich mir eine kleine, unauffällige Hütte im Wald. Spione haben den Standort von Mark Bryan ausgemacht. Er befindet sich im Wald. Dort ist es. Wir haben ihn gefunden. Weg hier! Guten Tag, ich bin im Auftrag der Polizei hier. Sie suchen auch einen, Mac Bryan? Wer seid ihr? Wir heißen die Animals. Wir suchen dich, weil du Fly getötet hast. Dort kommen sie nicht hinein. Hallo, Mark Bryan. Ich brauche dich. Du hast mich mit meinen Problemen alleine gelassen. In unser Universum ist ein Eroberer namens Kang gekommen. Er will unser Universum einnehmen. Irgendjemand, ich kann mich leider an seinen Namen nicht mehr erinnern, gab mir ein Tempett. Ein Gerät, mit dem ich durch Raum und Zeit reisen kann. Und somit zu dir gekommen bin. Gib mir die Fernbedienung. Ich bin hier, um den Zeitstrahl unter Kontrolle zu bringen. Ah, da ist er ja. Wo bin ich? Willkommen in unseren Gedanken. Weil wir beide und noch hunderte andere Mark Brines eine Person sind. Der Zeitstrahl, der bestimmt, wie alles laufen sollte, ist außer Kontrolle geraten. Aber dazu brauche ich deine Hilfe, Mark Bryan. Du bist die stärkste meiner Varianten. Zusammen können wir dafür sorgen, dass wieder Frieden herrscht. Kang ist nicht der, der vorgibt zu sein. Er will nur, dass alle Universen zu seinem Universum gehören. Und er somit die alleinige Macht über das gesamte Multiversum hat. Zeigen wir es, Kang. Zeigen wir ihm, dass wir es schaffen können. Dieses Mal auf den letzten Tropfen Blut. Aber zuvor sollten wir uns noch Hilfe holen. Hallo, Mark Bryan. Das sind alle Mark Bryan Varianten. Kang, wir kommen. Das sind alle Mark Brines. Macht euch auf euer Ende bereit. Ziehen wir in den Kampf. Was für ein törichter Versuch doch. Nimm das. Gib doch einfach auf Mark. Du hast keine Chance. Das war noch lange nicht alles. Regeln wir das wie Männer. Bezahl dafür. Es macht keinen Sinn weiter zu kämpfen. Ihr habt keine Chance. Lass ihn in Ruhe. Machst du. Wo ist der hin? Hab ich dich. Hey Kang. Bereit für einen allmodischen Kampf? Du willst also einen gerechten Schwerkampf? Den bekommst du. Du kannst so leicht nicht gewinnen. Unser Zusammenhalt wird dein Untergang sein. Das hast du nicht kommen gesehen. Das wird nicht gut für dich enden. Das war's. Gib einfach auf. Na dann wachen. Erledigt ihn. Hallo Mark Bryan. Hallo Kang. Was zur Hölle? Dr. Strange? Ich habe ein wenig Hilfe mitgebracht. Eine Person über die du dich ganz gern freuen wirst. Hallo Mark Bryan. Warte. Ich dachte wir hätten dich besiegt. Hallo Mark. Es freut mich sehr dich endlich wieder zu sehen. Das kann doch nicht. Du lebst? Kang. Ich habe zwar noch nie von dir gehört. Aber mich besiegen wirst du ganz sicherlich nicht. Allerdings ist heute dein Ende gekommen. Wo kommt ihr her? Warum verbünden wir uns nicht einfach, wie ich dir vorgeschlagen hatte? Lass Mark Bryan in Ruhe. Meine... meine Hand! Zeit deine Herrschaft ein für alle Mal zu beenden. Wir sehen uns wieder! Ich schließe das Portal mal jetzt. Vielen Dank, Dr. Strange. Ohne dich hätten wir das nicht hinbekommen. Schön dich wieder zu sehen. Der Dank ist ganz meinerseits. Du hast unser Universum gerettet. Und du, Devil? Keine Konflikte mehr. Abgemacht? Keine weiteren Konflikte mehr. Ich weiß. Und wie? Ich dachte du wärst tot. Ich dachte wir würden dich nie mehr wiedersehen. Ich habe es dir doch versprochen, oder? Und Mark Bryan, du hast mir gezeigt, was es ist dankbar zu sein. Wir haben es geschafft. Ich hätte das niemals gedacht. Aber es gibt etwas, was du noch nicht weißt. Ich... Was? Was? Nein, 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 nein! Dieser Mann ist unschuldig! Stell dich für das, was du Fly angetan hast. Ruf deinen Notarzt! Dieser Mann, er braucht dringend Hilfe! Lass es gut sein. Es hat keinen Zweck mehr. Ich habe es gesehen. Es musste passieren. Ich wollte nur ein Weihnachten mit meiner Familie. Doch ich habe es nicht bekommen. Du hast keine Schuld daran. Das war ich. Ich habe dafür gesorgt. Vielen Dank. Vielen Dank für alles. Ich weiß es sehr zu schätzen. Es hat keinen Zweck mehr. Nein! Sag so etwas nicht! Bleib bei mir! Bitte! Bleib bei mir! Mark Bryan! Mark Bryan! Nein! Nein! Wer bist du? Und wieso hast du uns geholfen? Mein Name ist Mark Bryan. Ja! Genauso wie dein. Ich habe in die Zukunft sehen können, dass du hierher kommst. Bist du wirklich bereit? Seid ihr bereit für den Kampf? Ach du meine Güte! Wir haben den Riss geöffnet! Hallo! Mark Bryan! Bist du auf unserer Seite. Auf der Seite von mir, deiner Familie, der Stadt und auch der Welt. Kämpf mir als du! Als Incredible Dude! Du Tu-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020